Ja, und das sind unsere Kleinen geworden. Die sind jetzt sechs Wochen alt und sind so putzmunter. Ja, und jetzt gibt's Pudi Pudi, da sind sie ganz aufgetriegt. Und jetzt geht der Run los. Nee, nee, so kommen wir ja nicht raus. Nein, so kommen wir nicht raus. Nein, nein. Nein, nein, wer kommt zuerst? Die brafe Lotte. So, schnell, schnell. Ach, da können wir schon alleine, hm? Ja, hopp, ja, hopp. Und hopp. Und hopp, hoppala, hopp. Komm, da komm. Dann komm schnell, dann komm. Komm hier hin. So, schnell, schnell lauf. Schnell lauf. Lauf schnell. Dolly, geh rein. Lauf schnell. Dolly, komm mal hierher. Dolly, hierher. Hopp. Komm. 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 Komm schnell. Hier ist doch, hier ist doch, hier ist doch auch. Hier, hier ist auch. Komm, da, hier ist doch, hier ist doch auch. Oh, das ist doch. Vielen Dank. Vielen Dank. Hi. So. Komm. Hallo. Hallo. Solly, kommst du mal her. Kommt mal hierher. Hoppala. Kommt mal hierher. Kommt mal hierher. Kommt mal hierher. Ja, seid ihr jetzt alle so satt? Ja. Ja. Hoppel dich und hoppel dich. Das müsst ihr nicht so rennen, ne? Mit dem volle Bauch. Nee, 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 nee. Nix mehr da. Ja. Alles aufgefuttert. Ja. 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 Ja.